Guten Morgen, hier ist der Prank. Also heute ist der zweite Seetag, den wir haben. Und es ist jetzt sogar schon mittags. Wir haben nicht besonders viel gemacht heute. Ich kann euch ja mal zeigen, wir sind momentan recht schnell unterwegs. Wie man an der See sehen kann, achterlich, sind wir ziemlich schnell unterwegs. So, jetzt aber. Wie kann man sehen, die Schrauben drehen jetzt richtig schnell. Das haben sie vorher, heute Morgen, waren sie eher aus, als dass wir gelaufen sind. Das machen die jetzt, weil sie erwarten, dass wir achterliche Seen bekommen. Und das Schiff dann halt unangenehm läuft. Jetzt machen sie halt so ein bisschen Tempo, damit wir dann schneller als die Welle sind. Bis jetzt sieht man davon noch nichts. Mal sehen, wenn da irgendwas kommt, dann zeige ich euch das. Ja, mal sehen, was der Tag noch so heute bringt. Eventuell melde ich mich erst morgen wieder. Also, bis später. Sag mal, Schatz, wie gefällt dir die Reise so bis jetzt? Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber? 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 Aber manchmal, der Schiff bewegt sich ganz heftig. Achso, na, finde ich zwar nicht, aber okay. Was wollen wir jetzt machen? Wir gehen gleich rauf und Mittagessen. Ja, dann tun wir das jetzt mal. Okay. Tschüss. Ich muss doch noch mal etwas sagen. Tut mir bitte alle den Gefallen und folgt den Aktionen. Hashtag Stay at Home oder Hashtag Wir bleiben zu Hause. Wenn ihr eure sozialen Kontakte pflegen wollt, nehmt euer Handy. Ihr habt es doch eh alle immer dabei oder sogar in der Hand. Ruft eure Freunde, eure Familie an. Vergewissert euch, dass es denen gut geht. Und das reicht doch erstmal völlig aus für die nächste Zeit. Okay. Ich werde jetzt demnächst das nächste Video schneiden. Und dann sehen wir uns wieder. Bleibt gesund. Bis dann. Euer Frank. Euer Frank.